Hey Internet und YouTube. Ich habe hier rumgeschaltet zwischen den Charakteren und plötzlich kamen die SMS, und zwar, dass ich zu dem H fahren soll, oder irgendwelche Militärkonvois überfallen soll, und gerade passiert es halt bei... Oh, okay, Martin, was ist mit dir? Was? Du weißt, ich habe gedacht, dass ich es nicht ganz sicher bin, ob ich eine Entschuldigung akzeptieren bin. Danke, dass du mir das Fahrzeug gebracht hast. Okay, komm mit. Wie lange wollen wir das Spielchen machen, mein Freund? Wie lange wollen wir das tun? Also, ich kann länger als du. Aber ich habe einen Termin. Ich habe einen Termin. Ich habe einen Termin. Es tut mir leid. Ich muss zum H. Mach halt ein bisschen Platz hier. Was ist hier? Was ist denn hier los? Oh, weh. Okay, kein Problem. Trevor, dein Freund und Helfer. Der andere rennt mir rein. Okay, vielleicht sollte ich eine ungefähre Markierung setzen. Okay, der bewegt sich ohnehin zu mir. Richtig. Okay, der bewegt sich auch noch. Ah, tschüss. Umdrehen, Freund. Umdrehen, Freund. Umdrehen, Freund. Shut up. Vorsicht. das ist zu keiner auto verfolgens herkommenden und keine reaktion dann sind wir freunde und alles wird gut wo ich kann nicht zu viel youtube du könntest nie wüsste für richtig ihr habt es absolut richtig erkannt niemals never unschuldigen person meine weste ist weiß mein herz ist rein waren wir zu sehr auf der mini map ich dachte hier könnte es eine abkürzung geben maybe not aber dass sie ja dann das ist eine definitiv kommt schon hatte ich den nicht hier rein gestoßen wer stellt doch völlig sinnlos okay deine mama die kann nicht kochen adios wo oh gott es ist weg weißt du was das fährt anscheinend für das hier war es hier auf der wo bin ich denn jetzt welche strecke fährt das ding was weiß ich stelle mich hier war das war doch hier oder auf jeden fall ziemlich hier in der nähe gericht oder wieder deine runde das wäre echt super ich hoffe es zumindest ich sehe kein haar mehr ich glaube schon dass es zumindest bin ich in der nähe dann lady ich bin hier lady kommt zu mir kommt zu mir kommt zu mir schade schade es tut mir leid drüber bräuchte dringend eine frau ich habe es versaut ich wollte nur helfen was hat man davon was hat man davon gutes tun was bekommt man dafür youtube ok wo ist das haar wie ist das jetzt kommen die nur einmal irgendwie hier durch oder was hatlar was hat das was ist jetzt aha alles wieder hier es wieder hier er Sag mir, dass du zu mir kommst Irgendwie Ich muss hier auch rein, okay Shut up Okay, das ist die Richtung Das ist gut, das sieht gut aus Oh, 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 ja Kommt er mir entgegen sogar? Da ist er, da ist er Und wie genau mache ich das? Wie Stellen wir uns das vor? Okay, da ist der Typ Okay, und go Okay, hier sind vier Leute Hier vorne sind vier Hey Okay, das funktioniert definitiv Komm schon, komm schon Ich bin gleich tot Nun, das war sicher nicht elegant Das gebe ich zu Aber hey, habt ihr ja noch Fahrzeuge gesehen? Die sind mitten reingerast Bin ich unter aller Sau Bin ich unter aller Sau Schießen die schon wieder? Ein bisschen definitiv schneller als ich Entschuldigung Oh, sie sind schon hier Werde ich die abhängen sollen? Gar nicht, oder? Das ist gar nicht gut Passt auf die Ausrüstung auf Den Trick wollte ich auch machen Mit dem Rahmen Was habe ich denn schönes? Stürmen gewöhnt Oh, der Hitt Wow, 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 wow Go, 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 go Brutal Och, ich hätte mich verstecken sollen Vielleicht Mit dem Fahrzeug verstecken Oh Gott, wie zum Ende Boah No Okay, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen Ich mache, ich habe den Granatenwerfer Mal sehen, was passiert Ich werde einfach den Ersten Jesus Christ, das ist die falsche Seite der Deckung, du Du hast überhaupt keine Deckung hier gerade Okay, lass mich hier mal kurz Auf dem Auto ist er gelandet Auf dem Auto, der Gute Was, Suspect, hier ist kein roter Punkt mehr Ist das noch ganz? Aber ich habe genau die hintere erwischt, oder wie? Wie soll ich denn hier in der Einöde die Cops abhängen? Hier ist nichts, wo man sich verstecken könnte Oh, ich habe es geschafft Oh, okay Oh, okay All right Ja, das war die Abkürzung Halleluja, Granatwerfer Und Halleluja, dass ich genau den Hinteren noch erwischt habe Und nicht das richtige Fahrzeug ansehen Das war natürlich alles taktisch Nicht Zufall Okay Ich sollte diesen Granatwerfer aber permanent einsetzen Für definitiv eine Erweiterung Magazinerweiterung Für 30 Stück Granaten 100 130 Beim Granatwerfer weißt du, dass ich der Magazin Genauso wie es der Clip heißt beim Waffen Clip und Magazine Shut up Interessiert mit niemandem, du Freak Warum Freak? Ich interessiere mich nur für Waffen Aha Hey, nicht Waffen töten Menschen Shut up Interessiert niemanden So Und der Gib mir Ja, okay Halleluja Kopfgeld Okay Ja, gut Es war noch Explosions, okay Ich will Explosions-Bonus Explosions Aha Perfektione Perfektione Versicht, mir wird schlecht Ich muss ja Ah, ah, ah Sequenz Wir sehen uns im nächsten Part Danke fürs Zusehen Macht's gut Tschüss